Musik Barleben, Mittellandhalle, Begegnungsstätte der Volkssolidarität. Die Mitarbeiter der Begegnungsstätte freuen sich diesmal über besonders viele Gäste zur Geburtstagsfeier des Monats. Die Gemeinde beauftragt diese Veranstaltung für alle Barleber, die in den zurückliegenden vier Wochen 70 Jahre oder älter geworden sind. Liebe Geburtstagskinder, erstmal meinen recht herzlichen Glückwunsch noch nachträglich im Namen der Gemeinde Barleben und auch in meinem persönlichen Namen. Ich wünsche Ihnen recht viel Gesundheit und dass wir noch oft diese Tage des Geburtstages hier bei uns in der Gemeinde gemeinsam feiern können. Während in der Küche die selbstgebackene Mokkasane-Torte auf das Servieren wartet, beginnt im Saal das Programm der Seniorentanzgruppe. Hier geht es um die Geselligkeit, um Bewegung und vor allem darum, sich die Schrittfolgen zu merken und das ist manchmal gar nicht so einfach. Musik Und dann geht es endlich los mit Kaffee und Kuchen. Schnell ist an allen Tischen serviert und auch Orts-TV wünscht den Jubilaren alles Gute zum Geburtstag. Vor allem Gesundheit.